Welches Auto fährt... Max Verstappen! Gab's dazu nicht schon mal ein Video? Welches Auto fährt eigentlich Formel 1 Pilot Max Verstappen? Ah, wir brauchen ein Update! Let's go! Aston Martin DB11 Aston Martin Vantage Aston Martin DBS Superleggera Aston Martin DBX Wobei, Aston Martin hat jetzt ein eigenes Team Hallo Motherfucker! Sicher ist auf jeden Fall, dass er mal einen Mercedes-AMG C63S besessen hat Sogar zwei, aber beide schon wieder verkauft Sicher ist auch, dass er einen Ferrari-Monster SB2 hat Ob er da auch so lässig aussieht wie König Zlatan In Renault RS01 ist er doch bestimmt einfach nur mal gefahren, als ob man den besitzt Für mich weiterhin ganz vorne dabei ist ein Porsche 911 GT3 RS Und seit dieser Saison sein neuer Dienstwagen im Straßenverkehr Das ist ja jetzt nicht mehr Aston Martin Der Honda NSX Welchen hättet ihr davon am liebsten?